willkommen zu dem video leute auf jeden fall habe ich die braids neu machen lassen da waren so auszubildende da und da haben mir so zwei die haare so zu braids gemacht genau also geflechtet oder wie man es nennen kann jetzt sieht auf jeden fall aus die haben es mir professionell gemacht deswegen habe ich die auch so machen lassen auf jeden fall hat die lehrerin gesagt deine mutter hat nicht so gut die braids gemacht und deswegen hat sie gesagt kommen machen wir die professionellere braids kommt zu uns und dann wurden mir die braids gemacht zu dass man den drippern und voll krass auf jeden fall war es das mit dem video leute abonniert den kanal zerstört den like button und ciao danke für den support die tage wirklich sehr hart ich danke euch macht's gut schönen tag noch und tschau tschau tschau